Ingen, ingen, ingen! Ingen, ingen! 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 Geht doch mal der Box! Ohne Rot-Weiß, so lacht ich dich, wir werden siegen. Die 51. Spielminute, Tor für unseren 1. FC Kaiserslautern, Tor für die Roten Teufel! Und der aktuelle Spielstand jetzt der FC Kaiserslautern gegen Rechnen-Brücklingen, 2 zu 1. Torschütze, unser Spieler mit der Nummer 30, Etienne Kragmann! Und die Vorarbeit kam in diesem Spiel schon zum zweiten Mal von unserer Nummer 13 von Christoph Himmlein! Geht doch weg, geht! Gut, ich geh'n, Junge! Luka, Luka! Luka, Luka, Luka! Luka, Luka, Luka! Luka, Luka!